Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 98. Mal bei Hoax Teller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoax Mysteries Alexa. Hallo alle zusammen. Und dem Hoax Master Alexander. Und heute müssen wir leider ein bisschen auf die Meta-Ebene zur Einleitung des Podcastes einmal gehen. Und zwar nicht die Meta-Ebene in Berlin, sondern wir haben was viel besseres hier in Hamburg. Wir haben jetzt nämlich unseren Podcast Cluster. Wir hatten in der vergangenen Woche ein Treffen. Und tatsächlich muss man da ein bisschen mal ausholen. Wir haben uns mit vielen Podcastern in und um Hamburg herum, also Lünenburg war auch dabei, getroffen. Alexa war leider erkrankt, aber das wird nicht das letzte Treffen dieser Art gewesen sein. Und die Idee ist es, dass die Podcaster hier in der Hansestadt Hamburg sich miteinander vernetzen und zusammen Projekte anstoßen. Da hatten wir auch schon einige Ideen. Und darüber hinaus soll es auch vielleicht mal irgendwann so weit gehen, dass die Podcaster bundesweit noch enger zusammenarbeiten. Das ist eigentlich unser Traum. Also die ganze regionale Geklustere, da bin ich auch schon für gescholten worden. Aber es ist ganz gut, wenn die Schaffenden in dieser Branche, wenn man es denn mal so nennen will, sich vielleicht ein bisschen mehr miteinander verdrahten. Und sich auszutauschen ist ja generell immer eine gute Idee. Genau. Und damit man auch mal weiß, wer hier so podcastet, vielleicht wissen das nämlich alle gar nicht so, da gehe ich mal ganz kurz die Liste durch. Und zwar war der Kompott dort vor Ort. Das ist so ein Nachrichten-Podcast, so ein bisschen satirisch auch. Auf alle Fälle kann man da mal reinhören. Dann waren Holger und Arne von Dirty Minutes Left involviert. Sehr schöner wöchentlicher Podcast hier aus Hamburg. Immer Dirty Minutes, 30 Minuten Wochenrückblick zwischen den beiden Jungs. Da hat der Holger übrigens auch mit organisiert, das Treffen. Und das war auch super gemacht. Und in der Location hat er herausgesucht. Und bei den Dirty Minutes Left-Jungs war ich auch schon mal zu Gast in der Sendung. Dann war der Tobi dabei, vom Einschlafen-Podcast beziehungsweise von den Pappkameraden. Und der Tobi hat seine aktuelle Pappkameraden-Folge auch publiziert, wo wir während des Treffens nämlich aufgenommen haben. Da sind wir vielleicht anderthalb Stunden oder irgendwie so rausgekommen. Und wer da mal reinhören will, geht mal auf die Seite von den Pappkameraden von Tobi. Auch das haben wir alles verlinkt. Dann war ich da von Hoaxilla, Skeptoskope und sonstigen Dingen, die hier so unter dem Dach passieren, Psychotalk. Und ach ja, wenn die Folge publiziert ist, werdet ihr unter Umständen schon die erste Folge der Black Street Stories gehört haben. Und werdet mir zustimmen, Schweinkram, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dann war der Kai zu Gast vom Hobby-Koch-Podcast. Finde ich übrigens sehr, sehr lustig. Also Koch-Podcasts erwärmt mich gerade mein Herz dafür. Also das ist ganz super. Mit dem Kai haben wir auch schon so ein paar ganz konkrete Kooperationsideen. Da gibt es ein paar lustige Geschichten, die auch kommen werden. Und der stellt mich ja auch, wenn er nicht aus Hamburg kommt, aber aus meiner alten Heimatstadt kommt, der Kulinary-Cast. Liebe Grüße Sven, auch den kann man mal hören. Dann war der Raiko da vom Nachtzug nach Hamburg. Der Mann ist schon jenseits der 1500 Folgen. Also da sind wir alle noch sehr blässliche Kinder gegen. Und der hatte seine gute Freundin, die Simi, dabei, die manchmal bei ihm in der Sendung mit dabei ist. Dann war eine Hälfte vom Spoiler-Alert dabei. Der Stefan, Literatur-Podcast. Wer sich für Bücher interessiert wird, darf fündig werden. Und es war der Sebastian noch da. Der hat vor langer Zeit die Warnzeit gemacht. Einen kabarettistischen, humorvollen Podcast, der im Moment, wie er sagt, zwar pausiert ist, aber nicht beendet ist. Also insofern kann man auch mal in die Warnzeit reinhören. Wer es nicht geschafft hat, waren die Jungs vom Hamburger zum Mittag. Auch die gibt es, wie der Name schon sagt, hier in Hamburg. Und da sieht man schon, wie viele Aktivitäten es hier in der Hansestadt gibt, was Podcasting angeht oder um die Hansestadt herum. Der Kai von der Brüllaffen-Couch, nee, der Knut von der Brüllaffen-Couch, der war verhindert. Da ist nämlich auch einer, der von den Brüllaffen, nicht nur aus Münster, sondern auch aus Hamburg. Da gibt es auch eine Connection. Und alle, die jetzt sagen, er hat nichts mit uns zu tun, nein, hat es nicht. Aber es gibt halt auch andere Podcasts. Und wer jetzt Medium-Podcast mag, der hört vielleicht auch mal rein. Wir werden das alles nochmal verlinken. Und dann könnt ihr da reinhören. Und ansonsten war ich noch auf der norddeutschen Landwirtschaftsausstellung heute. Oh je, jetzt kommt das. Ja, da will ich nur kurz erwähnen. Wacken-Kaffee. Wacken-Kaffee gab es da. Und Leute auf den Mars schicken, ist ja die eine Sache. Aber Tablet-Software zur Herdenbetreuung. Oder Satelliten-Gestützte Landmaschinenbetrieb. Ne, Satelliten-Gestützter Landmaschinenbetrieb. Das waren nur so ein paar Dinge, die entweder ausgerufen oder da ausgestellt waren. Auf einer unfassbaren Messer-Gelände-Geschichte. Tja, also Raumfahrt toll, aber moderne Landwirtschaft im Jahr 2012. Mein lieber Kröpke Schinski. Da standen echt Maschinen rum. Ja. Toner Wetter. Technologienwissenschaft, auch in der Landwirtschaft. Ja. So, das war mal eine etwas ungewöhnliche Intro. Aber auch mal wichtig, finde ich, dass man auch mal darüber spricht. Denn wir leben alle hier von unseren Hörern und die anderen Podcaster, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Die machen auch tolle Sachen und die verdienen auch mehr Hörer. Das finde ich auch mal gut, dass man die auch mal erwähnt. Warum sagst du das so trotzig? Ich sage es. Bestimmt. Genau. So, damit haben wir jetzt auch mal die Einleitung abgeschlossen. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen? 11. September weise ich noch mal drauf hin. Skepsis in the Pub mit uns. Bitte, bitte, bitte kommen. Und was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, was wollte ich denn noch erwähnt haben? Unsere 100. Folge wollte ich erwähnt haben. Da kann man uns nämlich Audio-Snippets einschicken. Und ja, das können auch andere Podcaster sein, die das tun. Da kann man dann auch noch Werbung für seinen Podcast bei uns machen. Immer so als Hinweis. Wink mit dem Zaun. Oder halt andere Hörer auf alle Fälle, die uns vielleicht was Gutes, was Schlechtes, die Pest an den Hals oder sonstige Dinge wünschen wollen. Ein Fluch wäre cool. Ein Fluch wäre cool. Ja. Also das könnt ihr alles machen und das dann uns per Mail als Audio-File schicken. Und dann basteln wir das in die 100. Folge mit ein. Vielleicht noch zwei, drei Bemerkungen, gerade jetzt über die religiös geprägten Folgen, die wir gemacht haben. Da sind wir darauf hingewiesen, dass die Aussage, die Bibel sei ein Geschichtenbuch, höchst inkompetent sei. Da kann man zusagen, also die Begründung war letztendlich, es gäbe genügend seriöse Historiker und Wissenschaftler, die eben bewiesen hätten, dass einige der Ereignisse in der Bibel durchaus reale Ereignisse der Geschichte waren. Da kann ich nur sagen, ja, sicherlich, das war so, gar keine Frage. Allerdings darf man dann eben nicht den Fehler machen, zu sagen, pass pro toto. Also Teile gelten dann für das Ganze. Selbst wenn das ein oder andere, was in der Bibel steht, historisch belegt ist, ist doch sehr viel daran eben nicht belegt und sehr viel daran einfach auch Geschichte, Geschichten vielmehr, so Geschichten, die sicherlich einen Wert haben, philosophische Geschichten, über die man nachdenken kann. Und selbst unabhängig davon, ob es sogar vielleicht eine Person gab, die Jesus hieß. Und mit guten Ideen durch die Lande gezogen ist, von mir aus auch noch Tischler Sohn war, wenn es denn halt keinen Gott gibt, wenn man daran nicht glaubt, dann kann der auch nicht Gottes Sohn gewesen sein. Tja. Will ich nur mal so als Hinweis nochmal geben. Denk mal drüber nach. Jetzt müssen wir bestimmt noch mehr Schälte einstecken. Ja. Das ist wurscht. Jetzt reibt euch mal an uns. Ja. Aber wer daran glauben möchte, soll daran glauben. Also da, das auch nochmal, also ich will keinen davon überzeugen, dass ich in dem Bereich, glaube ich, dass ich nicht glaube, dass das besser ist oder so. So ist ja gar nicht. Ist gut. Wer glauben will, soll glauben. Ich glaube, wir machen jetzt weiter. Toll. Und du hast eine geile Geschichte, ne? Ja. Dann machen wir aber weiter. Die Story der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um den Zoo von Bristol. Wow. Wow. Nein, es geht genauer gesagt um den Parkplatz vor dem Zoo. Noch spannender. Da gab es über Jahre hinweg einen sehr freundlichen Parkplatzaufseher, der immer dafür gesorgt hat, dass die Autos und die Busse da, natürlich viele Touristen und so weiter, also Autos und Busse da vernünftig parken können. Der hat dann immer auch direkt die Gebühr genommen fürs Parken. Das war ein Pfund für ein Auto und fünf Pfund für einen Bus. Geht ja eigentlich auch noch so vom Preis her. Das hat er lange, lange, lange Jahre gemacht und dann irgendwann eines Tages ist er nicht mehr zur Arbeit erschienen. Und da hat dann die Geschäftsführung vom Zoo mal gedacht, hm, komisch, das ist doch der Parkplatz, der von der Stadt verwaltet wird. Und wenn dann deren Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen, dann sollten wir da vielleicht mal anrufen, fragen, was da los ist. Und dann haben die bei der Stadt angerufen und die Stadt hat gesagt, wieso, wir sind überhaupt nicht zuständig für den Parkplatz, das ist doch euer Bier, das ist euer Mitarbeiter. Und so ging das dann hin und her. Und irgendwie haben die dann festgestellt, dass dieser Mitarbeiter, der da jahrelang den Leuten das Geld abgeknöpft hat, weder bei der Stadt noch beim Zoo angestellt war, sondern wahrscheinlich mittlerweile schon irgendwie mit seinem erbeuteten oder erarbeiteten Geld irgendwo auf irgendeiner Insel im Bungalow gesessen hat und sich hat die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, das dürfen ja so ein paar Millionen gefunden gewesen sein. Ja, da kämen einiges zusammen, ja. Schöne Geschichte. Ja, ne? Ja, das zeigt wieder, wie toll Verwaltung sein kann. Wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Wenn wir jetzt noch wissen, ob die Geschichte auch stimmt. So lange dauert es ja auch nicht mehr, bis wir das erfahren. Ja. Geduld. Dann machen wir mal weiter. Thema der Woche Ja, im heutigen Thema der Woche widmen wir uns einem Fall, so viel kann ich ja schon mal sagen, was das genau für ein Fall ist, sage ich nachher. Das ist uns tatsächlich von außen herangetragen worden, das Thema. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, hat mich aber sofort fasziniert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also ich meine, der Wright Burns hat uns das Wörter dazu geleitet, aber ich meine, dass das auch, glaube ich, vielleicht sogar schon mal im Forum Thema war. Ach so, okay. Also insofern will ich mich da gar nicht festlegen und egal, wer es war, vielen Dank für das tolle Thema. Und bedauerlicherweise ist uns das Thema selber nicht aufgefallen, weil ich ein Buch noch nicht ganz durch habe, weil wenn ich dieses Buch ganz durch hätte, dann hätte ich den Fall nämlich schon gefunden gehabt. Ich rede nämlich vom Buch von Klaus Schmäh, Nicht zu knacken. Jetzt werden die langjährigen Hörer sagen, Klaus Schmäh, Klaus Schmäh, Klaus Schmäh. Ja, Klaus Schmäh war schon mal zu Gast bei uns in der Sendung und zwar zum Wollnich-Manuskript hatten wir ihn zu Gast. Ihr werdet euch erinnern, das Buch, das niemand lesen kann. Und über das Buch von Klaus Schmäh sind wir auch zu einer weiteren Episode gekommen, nämlich dem Fall des Zodiak-Killers, wo wir dann ja Lydia Benicke, die Kriminalpsychologin, zu Gast hatten und über die Bücher des Zodiak-Killers hier gesprochen haben. Und wenn ich das Buch noch ein bisschen weiter gelesen hätte, als ich bisher bin, dann wäre ich zum Fall gekommen, der im deutschsprachigen Raum, eher bekannt ist als Summerton-Mann sozusagen, der aber gerade im englischsprachigen Raum oder international bekannt ist als der Thermom Schat entweder oder Shootcase. Shootcase. Das ist auf jeden Fall ein persisches Wort. Oder ein persisches Wort, ja, sozusagen, genau. Und ja, um diesen Fall soll es jetzt gehen. Und was hat es denn mit dem Summerton-Mann oder dem Thermom-Shat-Case auf sich, Alex? Ja, um das rauszufinden, müssen wir uns nach Australien begeben. Ich glaube, das hatten wir auch entweder noch gar nicht oder schon lange nicht mehr. Und genauer gesagt, begeben wir uns auch in der Zeit zurück, nämlich zum 1. Dezember 1948, da wird in den frühen Morgenstunden am Strand, also in Summerton Beach direkt am Strand, eine Leiche gefunden, die schon am Abend zuvor einigen Passanten aufgefallen ist, beziehungsweise ein Mann, die haben ihn gesehen und haben gedacht, er ist betrunken oder schläft oder wie auch immer. Auf jeden Fall in den frühen Morgenstunden wird festgestellt, dass er tot ist. Er liegt auf dem Sand, hat den Kopf an die Befestigungsmauer gelehnt von dem Strand. Und sein linker Arm liegt neben dem Körper. Der rechte ist so ein bisschen angewinkelt. Auf dem Rever seines Mantels liegt eine halb gerauchte Zigarette. Ansonsten ist an dem Mann erstmal nicht allzu viel Auffälliges. Er ist ungefähr 45 Jahre alt, hat so blond-rötliche Haare, sieht sehr gepflegt aus, sieht auch so weit, natürlich abgesehen davon, dass er tot ist, also erstmal so aus, als wäre er nicht lange krank gewesen, also relativ gesund gewesen. Und das Einzige, was vielleicht auffällt, ist, dass er für die Jahreszeit in Australien total falsch gekleidet ist, nämlich viel zu warm. Also wirklich mit Mantel, mit Hemd, mit Anzug. Würde man im Sommer in Australien nicht unbedingt erwarten, wenn da abends noch irgendwie 30 Grad sind. Aber wieso denn in Australien? Nein, machen wir jetzt nicht. Also erst einmal Hochsommer natürlich in Australien. Ja, was hat man denn noch so am Körper gefunden? Also das wäre jetzt ja alles erstmal unspektakulär, genau. Es wäre auch unspektakulär gewesen, wenn man ihn sofort hätte identifizieren können, weil er nämlich einen Ausweis dabei gehabt hätte, was er nicht hatte. Also es gab keinerlei Hinweis darauf, dass man irgendwie eine Identität feststellen konnte. Auch das wäre jetzt auch noch ein, sagen wir mal, ich habe mich auch falsch ausgehört, natürlich ist das immer tragisch, wenn man einen Leichnam findet. Aber wir würden uns heute im Jahr 2012 nicht mit einem Leichnam aus dem Jahr 1948 beschäftigen, wenn das alles gewesen wäre. Nein, man hat keinen Ausweis. Die Polizei hat dann gedacht, naja gut, wir machen mal eine Autopsie und es wird ja irgendwer dann kommen und wird sagen, mein Ehemann, Vater, Bruder, Schwager, was auch immer, ist nicht nach Hause gekommen und man würde ihn zeitnah identifizieren können. Also man hat natürlich, habe ich eben vergessen, auch keinerlei Hinweis auf Gewalteinwirkung festgestellt. Genau, es gab keinerlei Spuren, die auf einen unnatürlichen Tod hingewiesen hätten. Denn das, was den Fall wirklich interessant und spannend macht, und da beginnen wir dann mal mit dem Ruxeler Esken an dieser Geschichte ist, dass man bis heute nicht weiß, wer dieser Mann am Samantha Beach war. Ja, also das Verrückte ist, man hat sich dann natürlich, also es gab dann eine Leichenbeschau, man hat sich auch die Kleidung angeguckt, es waren bei den Kleidungsstücken die Etiketten entfernt. Das heißt, man konnte nicht mal feststellen, von welcher Firma die ganzen Sachen hergestellt waren. Und auch, was sehr ungewöhnlich ist, Name Tags hatte man damals auch, also auch es wurde in den 40er Jahren, war es auch nicht, den Namen auch der Person auch mal einzunehmen. Auch das war alles nicht vorhanden, das war also wirklich alles entfernt, das war schon mal ungewöhnlich. Man hat dann natürlich eine Obduktion durchgeführt, hat im Magen sehr viel Blut gefunden, ansonsten ist er aber einfach an Herzversagen gestorben. Man hat, obwohl man es nicht mit letzter Sicherheit sagen konnte und nachweisen konnte, vermutet, dass es Gift gewesen ist. Man hat in seinem Magen ja so eine Pastete gefunden, irgendwie so eine Fleischpastete, die er wohl gegessen hat. Das war aber wohl nicht der Träger eines Gifts, das hätte man feststellen können. Also das war es dann auch nicht. Also ganz schwierig ist es natürlich, wenn ein Festgeschäft wird, dass das Herz stehen bleibt. Bei jedem Tod bleibt dann irgendwann das Herz stehen. Irgendwie klar, aber du weißt es halt nicht. Also es ist wirklich inconclusive. Was die Zeugen angeht, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass man ihn am Abend vorher auch schon hat, da lehnen, sitzen, halb liegen sehen. Da haben die Leute gedacht, also da ist zum Beispiel so ein Pärchen vorbeigegangen, die haben gedacht, er wäre betrunken. Und es wurde auch berichtet, dass man den Eindruck gehabt hätte, er hätte irgendwie geraucht. Also er hätte irgendwie mit dem rechten Arm so eine Bewegung gemacht, als ob er rauchen würde oder versuchen würde zu rauchen oder es da ein bisschen aus wie Winken, also ganz merkwürdig. Und wie gesagt, man hat sich schon ein bisschen gewundert, als man ihn gesehen hat, aber dann gedacht, ja okay, da ist der Lichter und ist betrunken, da gehen wir jetzt mal nicht hin, dann sind wir mal irgendwie diskret und lassen ihn in Ruhe. Man hat dann natürlich geschaut, nachdem man nur noch einige Tage nicht wusste, wer es ist, zunächst mal, was die Person bei sich noch getragen hat. Und da hatte er zum Beispiel dabei eine unangezündete Zigarette, die war hinter seinem Ohr so reingesteckt. Du hast die halbe Zigarette, die auf seinem Jackett lag, ja schon erwähnt. Und dann hat man seine Taschen durchgesucht und hat ein benutztes Busticket gefunden, das von St. Leonard's in Glen Elk ausgestellt war, nach Summitten Beach. Dann hatte er ein unbenutztes Zugticket aus der Henley Beach. Er hatte einen Aluminiumkamm dabei, eine halbvolle Packung von Juicy Fruit Kaugummi. Wir sind nicht gesponsert, wäre schön, wenn. Dann hatte er so ein Armee-Zigarettenpaket dabei mit Kenzitas-Zigaretten und eine viertelvolle Schachtel von Bryant und May Streichhölzern. Der Bushalteplatz war einen guten Kilometer entfernt von der Stelle, an der er gelegen hat. Also das war sozusagen alles, was der Somerton Man bei sich hatte und mehr nicht. Genau. Ich hatte vorhin noch im Rahmen der Obduktion vergessen zu erwähnen, dass sein Körper natürlich, nicht nur der Mageninhalt, auch der ganze Körper untersucht worden ist. Ich hatte es schon erwähnt. Also er war in exzellenter physischer Verfassung, war gut gebaut. Und das Einzige, was aufgefallen ist an seinem Körper, ist, dass die Zehen so ein bisschen zusammengedrückt waren. Also der große Zeh und der nächste Zeh waren dann quasi so ein bisschen zusammengedrückt, wie bei Leuten, die lange irgendwie in engen Stiefeln rumlaufen. Und was noch auffällig war, ist, dass seine Wadenmuskulatur sehr stark ausgeprägt war und sehr hoch angesetzt war. Das hat man normalerweise, so wird immer gesagt, irgendwie nur bei Tänzern oder bei Frauen, die sehr viele oder ständig hohe Absätze tragen. Also es ist dann irgendwie so eine ähnliche Ausprägung. Also man weiß es wirklich nicht, ob er irgendwie beim Militär gewesen ist und da irgendwie Stiefel getragen hat oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ein weiteres Merkmal war der Haarschnitt. Also der war noch sehr gepflegt. Der war zwei bis vier Wochen maximal her. Und man hat keine Schwielen oder sonstigen Hinweise an den Händen gefunden darauf, dass er irgendwie harte Arbeit verrichten musste. Also die Hände waren, also manikürt, oder die Fingerlinge manikürt, sehr gepflegt. Genau. Und die Hände sahen nicht so aus, als hätten sie jemals irgendwie schuften müssen. Aber mit extrem breiten Schultern, sehr gut durchtrainiert, also durchaus körperlich aktiv. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Tja, was hat man getan? Man hat dann zunächst mal, nachdem sich niemand meldete, gedacht, wir müssen den Körper jetzt zunächst mal konservieren. Hat ihn dann tatsächlich konserviert modifiziert, in Form mal die Hütte erstmal gepackt. Als dann aber nach geraumer Zeit immer noch niemand da war. Man aber nicht wollte, dass man sozusagen die Spur verliert. Hat man dann einen Pathologen von der Universität gebeten, eine Büste, einen Abguss des Gesichtes und bis zu den Schultern büstenmäßig zu machen, damit man zumindest dann die Leiche beisetzen konnte, den Leichnam und trotzdem etwas hatte, dass man Leuten zeigen konnte, in 3D sozusagen, die vielleicht gekommen sind und gesagt haben, vielleicht könnte das mein Schwippschwager oder sonst wer sein. Diese Büste existiert bis zum heutigen Tag und bis zum heutigen Tag kann man immer noch sagen, ist sie nicht identifiziert worden. Natürlich hat die Polizei jede Menge Versuche unternommen, die Identität festzustellen. Vor allen Dingen sind aber dazu dann auch Fingerabdrücke rumgeschickt worden. Nun muss man aber sich vorstellen, dass die Polizeistationen 1948 oder dann inzwischen haben wir Januar 1949 noch nicht so gut vernetzt waren. Das heißt, es war schwierig, sich irgendwie auszutauschen. Und das Einzige, was diese Suche eben ergeben hat, ist, dass er nicht gesucht war. Das heißt, er war keines Verbrechens schuldig. Er wurde nirgendwo irgendwie gesucht wegen irgendwelcher krummen Dinge oder so. Das hat also auch irgendwie überhaupt nichts gebracht. Und so hat das dann erst mal etwas geschlummert bis Januar. Da ist was ganz Interessantes passiert. Da hat man dann nämlich einen Koffer gefunden in der Gepäckaufbewahrung in Adelaide. Und das war nun ganz interessant, weil da konnte man relativ schnell anhand der Klamotten, die da drin waren, sagen, dass das wohl seine gewesen sein müssen. Genau. Ja, was war denn so drin in diesem Koffer, den man da gefunden hatte in Adelaide? Also auf jeden Fall hat man ein oder zwei Hinweise draus ziehen können. Man hat einen Mantel gefunden, der amerikanischer Machart war. Das konnte man an der Verarbeitung der Nähte feststellen. Wobei auch bei den allermeisten Klamotten, die in dem Koffer waren, die Etiketten entfernt worden sind. Also das hat einen dann nur ein Stückchen weitergebracht. Dann hat man da Werkzeug gefunden, mit dem Offiziere auf dem Schiff die Ladung kennzeichnen. Also irgendwie so eine Schablone, Matrize, irgendwie so ein Messerchen, mit dem man da irgendwie was einritzt. Also ganz, ganz verrückt. Und dann hat man noch eine Reinigungsmarke gefunden, die man dann auch in ganz Australien verbreitet hat. Ob irgendeiner was damit anfangen kann. Das hat aber auch überhaupt nichts gebracht. Und man hat sogar einen Namen gefunden, T. Keen. Der stand auf drei Gegenständen, die in dem Koffer waren. Hat aber auch irgendwie so überhaupt nicht weitergeführt. Also das hat irgendwie alles nur so mäßigen Erfolg gebracht. Tja, also hatte man jetzt zwar einen ganzen Koffer mit Gegenständen, die dem Southern Man gehört haben. Aber man war trotzdem noch nicht ein Stück weiter. Wir machen einen kleinen Sprung noch weiter vorwärts, weiter hinein nach 1949. Denn dann hat man ja... Jetzt kommen wir langsam mal auf das Verschlüsselungsproblem. Genau. Hat man nämlich was gefunden in den Taschen noch. Oder beziehungsweise man hat sich die Sachen nochmal ganz genau angeguckt, die der Leichnam getragen hat. Ja, das war auch wirklich leicht zu übersehen, was man da gefunden hat. Und man hat sich im April, das war ein gewisser Professor Cleland, nochmal die Klamotten angeschaut. Und hat dann so eine kleine, eingenähte Tasche in der Hose gefunden. Also wirklich winzig. Und nicht in der normalen Hosentasche, sondern irgendwie innen. Und deshalb hat man das auch wahrscheinlich am Anfang übersehen. Und in diesem kleinen Fächlein war ein Stückchen aus einem Buch rausgerissen. Also so ein kleines abgerissenes Stückchen Papier. Wo drauf gedruckt war, Timon, schade. Genau, in so einer leicht eigenartigen Schrift auch. Und das war jetzt so ein Hinweis, den man dann sehr intensiv nachgegangen ist. Man hat das dann publiziert, hat auch diesen Schnipsel publiziert. Und hat dann versucht herauszufinden, was das für ein Wort ist und woher es stammen könnte. Und ob jemand das erkennen würde. Und das hat man auch relativ schnell rausgefunden. Das Ganze ist aus einem persischen Gedichtband. Von einem alten persischen Poeten namens Omar Kayyam. Und das Thema des Gedichts, aus dem dieser Schnipsel ist. Da geht es darum, dass man sein Leben genießen soll, solange es dauert. Und dann aber auch nicht traurig sein soll, wenn das Ende kommt. Und Tamenshad heißt eben The End oder eben das Ende. Genau, schreibt sich übrigens T-A-M-A-N und S-H-U-D. Okay, wir werden es auch noch verlinken und im Forum haben. Aber dann weiß man schon mal, wie man es schreibt. Tja, und dann meldete sich jemand. Genau, der was Verrücktes festgestellt hatte. Der hatte nämlich festgestellt, dass ein Buch in sein Auto geworfen wurde. Was in der Nähe des Summit den Beaches geparkt war. Abgestellt war, genau. Und witzigerweise war das genau dieser Gedichtband, aus dem natürlich auch das entsprechende Fitzelchen gefehlt hat. Genau. Also er weiß überhaupt nicht, wie er da dran gekommen ist. Das Ding lag in seinem Auto. Und er hat sich gewundert. Er hat dann das Buch zur Polizei gebracht und hat gesagt, das ist sicherlich das, was sie suchen. In dem war dann auch so. Man hat dann in dem Buch Schriftzeichen gefunden. Eine Art Code. Also verschiedene Buchstaben. Da werden wir mal ein Foto dann ins Forum stellen, dass ihr euch das anschauen könnt, was da so reingekritzelt war. Also MS, TB, also irgendeine sinnfreie Buchstabenreihe. Und auch diese Buchstabenreihe ist bis heute nicht entschlüsselt worden. Man hat das damals den verschiedensten militärischen Einrichtungen sogar gegeben, die das zu entschlüsseln sollten. 1978. Gut, da war die Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungstechnologie am Computer noch nicht so ausgeprägt. Aber bis heute beschäftigen sich an der Universität IT-Ingenieure damit, haben diesen Code noch nicht knacken können. Also was ich auffällig fand, wenn man sich das anguckt, diese Notiz, also diese komische Buchstabenfolge, das schaut so aus, als hätte da jemand wie wild rumprobiert. Also da ist halt was halb unter, halb durchgestrichen. Da weiß man bis heute nicht genau, ob diese Buchstabenfolge unter oder durchgestrichen sein soll. Dann ist da irgendwo noch über der Zeile ein X notiert. Also das sieht alles sehr fahrig und nach irgendwie nervösem Rumprobieren aus, finde ich. Es gab aber noch etwas anderes in diesem Buch. Und das war dann deutlich spannender. Es gab nämlich eine Telefonnummer. Genau, da sollte man ja meinen, wenn man schon mal eine Telefonnummer findet, die man dann auch wirklich ausfindig machen kann, dann hätte man die heiße Spur. Aber auch da war es ein Bapkis. Wobei das ein bisschen merkwürdig ist, weil es ist eine Krankenschwester gewesen, zu der diese Telefonnummer führte. Die hat wohl nur gesagt, sie hätte davon noch nie gehört und das würde ja alles nichts sagen. Das ist aber alles irgendwie ihr relativ wenig verfolgt worden. Also sie hat nur gesagt, sie hatte mal diesen Gedichtband und sie hat ihm im Zweiten Weltkrieg jemandem geschenkt, den sie da gepflegt hat. Und da dachte man schon, ja alles klar, irgendwie das muss ja gewesen sein. Aber leider hat sich einige Zeit später genau dieser Mann gemeldet und hatte auch das Buch noch. Insofern war das also irgendwie auch wieder eine kalte Spur. Wobei da tatsächlich jetzt ein bisschen das Mysterium um den Summerton Man beginnt. Denn tatsächlich, so wie du sagst, hat man dann gedacht, okay, das muss dieser Mensch sein, der das Buch von ihr geschenkt bekommen hat. Und hat sich dann also in ganz Australien auf die Suche nach diesem Mann begeben, der Alfred Boxel gehießen hat. Ich vermute mal, er wird heute nicht mehr leben. Und dann hat man den aber gefunden. Und da war die Polizei relativ angepisst. Denn was noch viel schlimmer war, dass der Herr Boxel nicht nur noch lebte, man ihn auch vertreiben konnte, sondern auch noch genau diesen Gedichtband hatte. Und eben der nicht der weggeschmissene war. Genau. Also das ist ja gerade das Kuriose daran, dass in einem Gedichtband die Telefonnummer der Krankenschwester steht. Aber der Gedichtband, den die Krankenschwester verschenkt hat, ist noch bei der Person, dem sie... Das hat die doch alles fingiert irgendwie. Oder er. Auch Boxel sagte dann übrigens, dass er nichts über den Unbekannten wüsste. Tja. Und dieses Rätsel beschäftigt natürlich Kryptologen oder Ermittler heute noch. Der Fall ist bis heute ungelöst. Er wird auch in Australien quasi noch als ungelöst geführt. Es gibt natürlich auch die wildesten Theorien. Eine relativ neue Theorie ist, dass er Seemann gewesen ist und diese Krankenschwester besuchen wollte und dann dort bei diesem Besuch eines natürlichen Todes gestorben ist. Und die Krankenschwester, die ein Verhältnis mit ihm hatte und nicht wollte, dass sie ihren Mann davon erfährt hat, dann irgendwie geschaut, dass sie den Körper wegschafft. Und diese komische Chiffre, die man da gefunden hat, das seien einfach nur die Anfangsbuchstaben eines... Also der Sätze eines Liebesgedichts, was er geschrieben hat. Und er wollte das als Gedächtnisstütze haben. Also ehrlich gesagt, das klingt sowas von unplausibel. Das gibt es gar nicht mehr. Also wenn man sich das mal irgendwie in Erinnerung geruft, wie der ausgeschaut hat, so würde ich mir keinen hart arbeitenden Seemann vorstellen. Irgendwie total gepflegt, mit Tänzerfüßen und manikürten Fingernägeln und so ohne Schwielen. Also sorry, aber ganz ehrlich nicht. Das hat ja dann dazu geführt, dass man noch eine ganz andere Theorie entwickelt hat. Nämlich, dass der Summaten-Man unter Umständen ein Geheimagent gewesen ist. Genau, genau. Und wir haben die Zeit des Kalten Krieges. Gerade das Ende des Zweiten Kriegs ja hinter uns erst. Genau, genau. Und ja, das liegt natürlich nahe, dass das irgendwie jemand ist, der absolut nicht identifiziert werden will. Es vermisst ihn natürlich auch keiner. Logischerweise würde keiner hergehen und sagen, ja, ach, ihr habt unseren Agenten gefunden. Wunderbar. Das hat die Leute natürlich zu solchen Theorien bewogen. Es gab auch einen Stützpunkt für atomare Waffen in der Nähe von Summerton Beach. Da gab es eine Vermutung, dass er dort spioniert haben soll. Eine Möglichkeit ist, dass er an einer Überdosis, ja, Wahrheitsserum könnte man sagen, gestorben ist. Das ist schwer nachzuweisen. Daran kann man auch sterben. Das heißt also, dass vielleicht der australische Abschirmdienst den Summerton-Man sich geschnappt hat und ihn aushorchen wollte. Und dabei ist er dann verstorben. Das wäre eine denkbare Theorie. Es gibt, und da hat auch Klaus dann nochmal einen Artikel drüber geschrieben, seit November 2011 nochmal einen Ausweis da aufgetaucht ist von jemandem, der große Ähnlichkeit aufweist mit dem Summerton Beach-Mann. Die Spuren werden im Moment noch verfolgt. Aber so wie meine Recherche das im Moment ergeben hat, habe ich da jetzt auch keinen weiteren Hinweis aktuell gefunden. Also scheint vermutlich auch diese Spur im Sand verlaufen zu sein. Ja, da können wir nachher auch noch ein paar YouTube-Videos verlinken, wie aus dem Jahr 2009 zum Beispiel, ganz hoffnungsfroh, Electrical Engineers, so heißen die in Australien. Das sind, ja, ich vermute mal IT-Ingenieure, so wie ich das verstanden habe, versuchen, junge Studenten an der Uni den Code zu knacken, da mit Computertechnologie drangehen, sehr aufwendig auch versucht haben, das herauszufinden. Aber auch da, obwohl der Bericht endet mit den Worten, naja, wir gucken mal, wir sind gut unter Dinge, dass wir bald den Code geknackt haben, kam nichts mehr. Ist nichts rausgekommen. Weil das Problem ist ja auch, dass das Schnipselchen super kurz ist. Also je mehr, je länger der Text, desto größer sind die Chancen, dass man es rauskriegt. Und bei den paar Buchstabenfolgen, Buchstabenfolgen, die man da hat, ist das natürlich sauschwer. Was nehmen wir mit vom Dermot Shut Case, vom Summerton Man? Das ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, aber ich bezweifle, dass man da auf lange Sicht die Lösung finden wird. Ich glaube es auch nicht. Mal eine Geschichte, für die wir keine Antwort haben, für die wir keine Auflösung haben, die aber trotzdem ganz, ganz spannend ist. Wir werden einige Links dann auch wirklich nochmal ins Forum stellen. Da könnt ihr weiter nochmal herumschnuppern, euch dieser Geschichte mal annehmen. Diese etwas gruselige Geschichte eines Leichnams, den man am 1. Dezember 1948 in Australien gefunden hat. Und jetzt gucken wir nochmal, ob der Zoowächter wirklich da war und Geld gesammelt hat oder ob das doch ein Stadtbediensteter war oder was dran ist an der Geschichte. Die Auflösung Ja, die Geschichte über den cleveren, angeblichen Parkplatzaufseher, der sich da richtig schön das Geld eingesteckt hat, über 25 Jahre dann mit dem Vermögen entschwunden ist, ist leider nicht wahr. Das ist eine richtig waschechte Urban Legend. Lustigerweise ist das irgendwie 2009 nochmal hochgekocht und da kam auch der Bristol Zoo ins Spiel und die Leute sind da irgendwie total steil draufgegangen auf diese Geschichte und die hat sich dann ziemlich im Internet verselbstständigt, auch per E-Mail und sowohl die Stadt Bristol als auch der Zoo, die waren natürlich dann irgendwie auch reichlich genervt. Dann irgendwann von der Sache haben dann auch Dementi abgegeben und so weiter und haben versucht, was zur Aufklärung beizutragen. Aber irgendwie ist dieses Motiv von so einem cleveren, ausgefuchsten Gangster, der auf diese Art und Weise irgendwie die Behörden und Verwaltung gegeneinander ausspielt und sich Geld einstreicht, schon bezeichnet. Das sagt natürlich auch viel darüber aus, wie wir solche Stadtverwaltung und Geschäftsleitung von großen Unternehmen sehen, nämlich dass dann wirklich die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und da auch Vernetzung und Kooperation nicht besonders gut ist, denn was da eigentlich zum Ausdruck kommt, ist, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Bristol Zoo vielleicht auch nicht so toll gewesen ist, irgendwie wenn die gar nicht voneinander wissen, irgendwie was der eine dann direkt irgendwie vor dem Hause des anderen tut oder auch nicht. Und insofern ist das irgendwie eine ganz hübsche Geschichte, aber mehr auch nicht. Tja, schade, die wäre schön gewesen. Ich habe schon überlegt, ob das ein zweites Stand bei werden. Das könnten wir hier mit der Tiefgarage machen. Wir fern jedes Mal, wenn hier einer reinfährt, dann nehmen wir Geld. Auch nicht schlecht. Ja, das ist das Ende einer weiteren Folge von Hoaxilla. Tam and Shirt. Tam and Shirt. Folge 98. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur 100. Und bitte da nochmal der Hinweis, schickt uns Audiofeedback, ich habe es in der Einleitung nochmal gesagt, von euch zur 100. Folge, damit wir da gemeinsam ganz toll dann sozusagen feiern können in der Folge. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, in der ihr viel zu hören gehabtet. Es gab Blackstreet Stories mit der Hoax Mistress. Es gab am letzten Montag eine Folge vom Psycho Talk, eine neue. Und die Pappkameraden-Folge vom Homegirl Podcast Cluster. Also ich würde mal sagen, wir haben diese Woche genug produziert und gehen jetzt gleich schlafen. Oder so. Wie auch immer. The End. Euch alles Gute und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Rackerture-Production aus dem Jahre 2012. Ganze geniur. ぞ Die Jüngers 11. NSA 68. 80. 81. 79. 87. 80. 71. Untertitelung des ZDF, 2020